Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Der Heilige Geist ist mein einziger Führer. Er geht mit mir in Liebe. Und ich sage ihm Dank, dass er mir den Weg weist, den ich gehen soll. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Und so kann jeder Schritt, den wir machen, ein Schritt in Dankbarkeit sein und in Liebe. So kann alles, was wir tun, eine Handlung der Liebe sein. So kann alles, was wir sprechen, können Worte der Liebe sein. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Was brauchen wir mehr, als uns daran zu erinnern, dass Liebe der Weg ist? Jede Sekunde, jede Minute, jede Millisekunde können wir uns daran erinnern. Wenn wir es wollen. Wenn Liebe der Weg ist, den ich in Dankbarkeit beschreite, dann kann ich nur Liebe sehen. Und ich kann nur sehen, dass alles von Gott ist. Dass alles erlöst ist. Dass alles Licht ist. Dann wandelt sich mein kranker Geist, der nur Begrenzung, Krankheit, Schmerz und Leid zieht, in einen vollkommenen Geist, der in allem das Licht anerkennt. Dann werde ich nicht mehr darin getäuscht, dann werde ich nicht mehr von Krankheit getäuscht. Krankheit, wenn ich die Idee Krankheit durchdringe, erkenne ich Liebe, die ich dankbar annehme. Und wenn ich die Idee von Körper durchdringe, erkenne ich Liebe, die ich dankbar annehme. Aber solange ich noch an der Form festhalte, solange ich noch an der Idee festhalte von Krankheit, von Mangel und von Körper, kann ich Dankbarkeit nicht erkennen. Die Dankbarkeit, von der hier gesprochen wird, ist nicht die Dankbarkeit, dass ich für das Essen danke, das ein anderer nicht hat. Dass ich für die Wohnung danke, dass ich für irgendetwas Spezielles danke, das ein anderer nicht hat. Sondern diese universelle Form der Dankbarkeit erstreckt sich über alles. Und wenn sich diese Dankbarkeit über alles erstreckt, dann erkenne ich überall die Schöpfung Gottes. Dann weiß ich, dass das Smartphone, das du jetzt in der Hand hast, oder den Laptop oder PC, dass dies eine Schöpfung Gottes ist. Und ich beginne dies auf eine völlig neue Art und Weise zu betrachten. Ich sehe, dass die Kleidung, die ich trage, eine Schöpfung Gottes ist. Genauso wie das Sofa, auf dem ich sitze, oder das Auto, in dem ich fahre. Die Idee von mein und dein löst sich auf. Weil wir durchdrungen sind von der allumfassenden Dankbarkeit für alles. Wir machen keine Unterschiede mehr. Wir lassen uns von des Ego Stimme nicht mehr täuschen. Wir lauschen des Ego Stimme, indem wir den Weg der Dankbarkeit gehen. Indem wir Liebe begreifen. Indem wir erfassen, dass alles Liebe ist. Bist du bereit, diesen Schritt zu unternehmen? Alles ist Liebe. Denn dann heilst du deinen Geist von all den Konflikten, in denen er sich verstrickt hat. Dann erlöst du dich von der Idee, dass du ein sterblicher Körper bist. Und selbst auf dem Sterbebett kannst du dich daran erinnern, dass alles, so wie du, eine Schöpfung Gottes ist. Nicht die Form, wie du sie wahrnimmst, sondern das Licht, das sich dahinter verbirgt. Entferne die Form und du wirst das Licht erkennen. Das heißt, entferne deine Ideen bezüglich der Form, deine Überzeugungen, dein Recht haben wollen, so ist das aber. Und du wirst sehen, dass das Licht sich zeigen kann und du die Stimme Gottes allüberall erfährst. Und du wirst erkennen, dass es nur allumfassendes ewiges Leben gibt, unabhängig von der Situation, in der du dich befindest. Dann ist die Situation, in der du dich befindest, ein Geschenk für dich. Und nicht mehr durchdrungen von Zweifel und von Ängsten über die Zukunft. Dann hast du die Zukunft wirklich in Gottes Hände gelegt. Dann weißt du, dass du allüberall nur deinen heiligen Freunden begegnest, die gleich sind im Geiste wie du. Denn auch sie sind ein Geschöpf Gottes. So wirst du jedes Lebewesen in einer tiefen Dankbarkeit begrüßen. Du wirst nicht mehr achtlos an den Dingen vorübergehen. Weil Heiterkeit deinen Geist durchdringt. Weil Liebe dich allüberall erfasst. Du gehst den Weg der Liebe. Und alles neigt sich dir entgegen. Jeder Baum, jeder Strauch, jeder Grashalm neigt sich dir entgegen. Weil du dich als allumfassend erkennst. Und weil du weißt, dass dich jeder liebt. Dass dich jedes Lebewesen liebt. Dass dich alles liebt, was dich umgibt. Stille dir mal vor, dass dich alles, was dich jetzt umgibt, vollkommen liebt. Und dankbar ist, dass du da bist. Als Licht der Welt. Ich bin geliebt von allem, was mich umgibt. Und du siehst, da müssen wir unsere Idee von Form aufgeben. Es ist in Worten nicht zu beschreiben, in diesem Geisteszustand zu sein. Aber du kannst dir selbst dieses Gefühl vermitteln, indem du dich dorthin begibst, wo du anerkennst, dass du von allem geliebt wirst. In Wahrheit geliebt wirst. Unser Schattengeflüster erzählt uns natürlich etwas anderes. Es sagt uns, dass dieser uns hasst und dieser uns nicht wohlgesonnen ist und ich diesen nicht liebe oder jenen ablehne. Das sind unsere Schattengeflüster und somit machen wir Schattenerfahrungen. Und der Quantensprung tatsächlich, der uns vor der Tür des Himmels absetzt, ist zu erkennen, dass du von allem in Wahrheit geliebt bist. Denn alles ist eins mit dir im Geiste. Denn alles, was dich jetzt umgibt, ist eine Schöpfung Gottes. Alles, was dich jetzt umgibt, ist durchdrungen von Licht, von Liebe. Es gibt keinen Unterschied. Und deshalb machst du keine Unterschiede mehr. Sodass du den Weg wirklich in Liebe gehst und Dankbarkeit dich überall begrüßt. Nicht mehr für die einzelnen Dinge, sondern für alles. Wer, die für die einzelnen Dinge dankbar ist, macht nur wieder Unterschiede. Lasse zu, dass wirklich alles von Dankbarkeit der Liebe Gottes gegenüber durchdrungen ist. So wie du auch. Und so werden deine alten Gegner zu heiligen Freunden. Und so wird deine Welt der Unterschiede als eins erkannt. Und so wirst du dich erfahren im Herzen Gottes. Durchdrungen von seiner Liebe, in der du dich jetzt schon befindest. Und nur ein kleiner Teil deines Geistes träumt eine Welt der Unterschiede. Wo wir es besser haben wie andere. Und auch wo wir es schlechter haben wie andere. Es gibt immer jemanden, der es anscheinend in der Ego-Welt noch besser hat wie du. Welch eine Farce. Welch eine Kleinheit. Welch ein Kleingeist sich dann in uns bemerkbar macht. Wie unwürdig ist diese Art und Weise, in die Welt zu schauen. Wie unwürdig ist es, sich auf diese Art und Weise selbst zu erfahren. Du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist Lichtgeist. Du bist ein geistiges Wesen. Du bist der Lichtstrahl Gottes. Es wird oft erwähnt, dass wir dies vergleichen können mit dem Sonnenstrahl, der eins ist mit der Sonne. Und jetzt wollen wir aber nicht die Sonne anbeten und einen neuen Sonnenkult machen, sondern wir wollen Gott in uns würdigen. Wir wollen ihn in uns ehren. Wir wollen ihm, weil unsere Dankbarkeit geben. Danke für dich, Gott. Das genügt. Das genügt. Und alles und alle Täuschung wird verschwinden. Denn in der Dankbarkeit Gottes gegenüber entfachen wir das Licht in uns. Jeder Angriffsgedanken wird versiegen. Nichts Negatives kann uns mehr erreichen. Wir sind im schützenden Strom der Liebe. Und dann wird all das, was wir bisher wahrgemacht haben, erlöschen. Es hat keine Kraft mehr, weil wir dem keine Aufmerksamkeit mehr geben, sondern unsere ganze Dankbarkeit ist gegenüber Gott ausgerichtet. Wir sind hier, um diesen Fokus zu halten. Wir sind hier, dies in unserem Bewusstsein heranreifen zu lassen, sodass es zu unserer geistigen Gegenwart wird. In jedem Augenblick, vertikal ausgerichtet, Zeit und Raum aufgebend. Wir müssen uns nicht mehr an die Dinge klammern, von denen wir dachten, dass sie uns Glück bringen. Sie haben uns letztendlich nur enttäuscht. Wir müssen uns nicht mehr an Dinge klammern, von denen wir denken, dass wir sie brauchen, um zu bestätigen, dass wir ein Körper sind. Das bedeutet, wir sind nicht mehr hier, um uns an Krankheit zu klammern, an Schmerz zu klammern, an Beziehungsstress zu klammern oder an Mobbing oder an eine bedrohte Zukunft. Wir sind hier, um uns in der Allgegenwart zu begreifen, in der wir in absoluter Sicherheit sind, nichts uns bedrohen kann und Sterben eine seltsame Geschichte war. Du und ich, wir sind eins im Geiste Gottes, sind wir hierüber dankbar, dass wir dies heute miteinander erfahren dürfen, miteinander austauschen können. Und so können wir nur die eine Frage stellen, Wie fühlt es sich an, wenn Liebe der Weg ist, den ich in Dankbarkeit beschreite? Das fühlt sich doch schon mal wirklich unfassbar schön an. Und das ist das, was unser cooler Bruder Jesus uns jeden Tag vermittelt. In seiner Weichheit und seiner Sanftheit erzählt er uns, Hey Bruder, geh den Weg der Liebe in Dankbarkeit. Begreife, dass du dich getäuscht hast. Begreife, dass du geliebt bist, nicht auf die Art und Weise, wie du es gewohnt bist zu lieben und doch wieder im Schmerz zu enden, sondern eine Liebe, die in Worte nicht gekleidet werden kann, die in Worte nicht gekleidet werden kann und dennoch erfahrbar wird, wenn du es willst. Jesus, der coole Bruder, lädt dich ein, mit ihm zum Fluss der Liebe zu gehen und jetzt mit ihm einen Schluck daraus zu trinken und vielleicht hast du das Bedürfnis, ganz in diesem Fluss einzutauchen mit ihm und die Wahrheit zu erfahren, die du bist. die Wahrheit, die jeden Schatten verschwinden lässt. Die Wahrheit, die du bist, die Wahrheit, von der du jetzt durchdrungen bist. Anerkenne, dass du das Liebe der Weg ist, den du in Dankbarkeit beschreitest. Und immer, wenn du verzagt bist, erinnere dich an diese Lektion. Immer, wenn du zweifelst oder vom Weg abkommst oder den Fluss der Liebe verlässt, erinnere dich an diese Worte hier. Erinnere dich an die Lektion. Mach es dir zu eigen. Den Ruf nach Hause, der ertönt ständig in deinem Geist und jetzt sind wir eingeladen, auch wirklich zu gehen. Dort hinzugehen, wo wir vollkommen erfüllt sind. Wo wir nichts mehr brauchen von der Erde. Wo wir nichts mehr brauchen von der Welt. Wo wir nicht einmal mehr gesund werden wollen. Wo wir nicht einmal mehr einen gesunden Körper haben wollen, der uns noch lange erhalten bleiben soll. Weil wir erkennen, dass wir ewiges Leben sind und der Körper nun ein Mittel ist, dieses ewige Leben auszudrücken. Und das ist eine völlige Umkehrung des Denkens, wie wir es bisher immer wieder an den Tag gebracht haben. Und diese Umkehr ist es, die wir brauchen. sagen, sag daher Dank, doch aufrichtig. Sei aufrichtig in deiner Dankbarkeit. Und lass deine Dankbarkeit Raum schaffen für all jene, die mit dir entrinnen werden. Du bist der Erlöser der Welt. Lass deine Dankbarkeit wirklich ausdehnen in alles. Raum schaffen für all jene, die mit dir entrinnen werden. Jeder, jeden an jeden, den du jetzt denkst, der möchte mit dir entrinnen. Entrinnen aus einer Welt der Begrenzung. Die Kranken, die Schwachen, die Bedürftigen und die Furchtsamen. Und die, die einen scheinbaren Verlust beklagen oder offenbaren Schmerz empfinden. Die unter Kälte oder Hunger leiden oder den Weg des Hasses und den Pfad des Todes wandeln. Sie alle gehen mit dir. Sie alle gehen mit dir nach Hause. Sie alle wollen mit dir zum Fluss der Liebe. Sie alle wollen darin baden und sich ausdehnen, ausstrecken und gesunden. Und jeden, den du heute in dieser Dankbarkeit begrüßt, er geht mit dir. Und jeden, den du ablehnst, bedeutet, du lehnst dich selbst ab. Du baust dir selbst ein Stoppschild auf und sagst, hier geht es nicht weiter. Schmeiß diese Stoppschilder weg. Nimm jeden mit, begrüße jeden in absoluter und stiller Dankbarkeit. Und du wirst sehen, welche wunderbaren Begleiter du hast. Wir wollen uns mit ihnen nicht mehr vergleichen. Denn dadurch spalten wir sie ab von unserem Gewahrsein der Einheit, die wir mit ihnen teilen, wie sie sie unausweichlich mit uns teilen. Wir machen keine Unterschiede mehr, denn sobald ich einen Unterschied mache, spalte ich mich ab von der Einheit. Wir machen keine Trennung mehr wahr, wir wollen nicht mehr urteilen über irgendjemanden. Wir wollen anerkennen, dass wir von jedem Lebewesen, von jedem Baum, von jedem Grashalm absolut geliebt werden. Überall, wo wir hinkommen, werden wir von Liebe empfangen. Überall, wo wir sind, begrüßt uns die Freude, die Schönheit, die Dankbarkeit. Wir werden nie mehr Einsamkeit erfahren, weil wir endlich die Wahrheit anerkennen. Die Lügen haben ausgedient. Wir haben gedacht, dass diese Lügen uns irgendwie schützt und eine Persönlichkeit gibt. wir geben auf, wir geben unsere Ideen von Leben auf. Wir anerkennen, dass wir ein unpersönliches Leben führen und durch dieses werden wir den Himmel erreichen. Aber unsere Persönlichkeit ist es, die den Unterschied immer wieder wahr macht. Die das Gute und das Schlechte immer wieder wahr macht. Es gibt kein Gut und kein Schlecht. Es gibt kein Dies und kein Das. Es gibt nur noch die Liebe. Mach kein Dies und Das mehr wahr. Lass deine Zweifel, gib deine Zweifel auf. Finde dich im Herzen Gottes wieder. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Dankbarkeit ist das, was mir begegnet. Und so gehen wir gemeinsam nach Hause. Nur so. Falls du einen besseren Weg kennst, kannst du gerne davon berichten. Falls du keinen besseren Weg kennst, dann schweige ab heute. Schweige und sei still. Lass deine Zweifel ruhen. Lass deine Ideen von Leben und von all den Begrenzungen ruhen. Sei endlich still. Sei endlich still. Sei endlich still. Lass dieses Schatten geflüster los. Gib es auf. Du brauchst es nicht mehr. Es ist deiner nicht würdig. Führe kein unwürdiges Leben mehr, indem du dir einredest, dass irgendetwas begrenzt ist. Dadurch begrenzt du nur dich selbst. Geh heute mit den Heerscharen der Hilfesuchenden zum Fluss der Liebe. Trinke mit ihnen, bade mit ihnen darin und freue dich mit ihnen über diese wunderbare, wärmende Kraft der Liebe, in der wir gemeinsam heilen, in der wir gemeinsam uns wieder erinnern und wieder erkennen. Lass nicht mehr zu, dass etwas anderes deinen Geist verdunkelt und verschmutzt. Lass nicht mehr zu, dass du dich in dieser Begrenzung als etwas wahrnimmst, das du niemals sein kannst. Gehe heute den Weg der Liebe und erfahre Dankbarkeit in jedem Atemzug, in jeder Nahrung, die du zu dir nimmst, in jedem Kleidungsstück, das du anziehst, in jeder Handlung, die du tust und in jedem Gedanken, den du denkst. Liebe ist der Weg, den wir in Dankbarkeit beschreiten. Vergiss das nie mehr. Ja. Amen. 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 Amen.